SCP-087-B Ich bin jetzt über die Weihnachtsfeiertage leider nicht so wirklich dazu gekommen, da groß rumzuprobieren und zu testen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt überhaupt keinen Let's Horror habe, Stockwerk 2, bevor ich jetzt überhaupt keinen Let's Horror habe, spiele ich einfach, wie ich es angekündigt hatte, nochmal eine Runde SCP-087-B. Was mich aber am ersten Mal so richtig geschafft hat. Das ist neu. Oh Gott. Was geht schon wieder los? Ich habe ein bisschen in meinem Setup umgefeilt. Und bisher hatte ich es nämlich immer so eingestellt, dass ich... Das, was ich ins... Was ich ins Mikrofon... Ja, das Signal wird schwächer und... Oh Mann! Habe ich mich gerade verjagt. Ich hatte schon komplett vergessen, dass dieser... Als es diese Durchsage kommt. Äh... Ich habe ein bisschen in meinem Setup rumgefeilt. Und zwar bisher hatte ich es immer so eingestellt, dass ich das, was ich ins Mikrofon spreche, auf meinen Kopfhörern selber nochmal höre. Äh... Dann konnte ich auf Nummer sicher gehen, dass... Äh... Das Mikrofon auch tatsächlich was sendet. Und gleichzeitig gleich mit Lautstärke regulieren und sonst was. Das habe ich jetzt mal... Ausgeschaltet, in der Hoffnung, dass... Das Ganze so ein bisschen mehr Horrorfeeling in mir noch aufkommen lässt, als es das Spiel hier sowieso schon schafft. Stopp-Bag 6. Äh... Mal schauen... Ob ich das so beibehalte oder ob ich mein altes Setup dann wieder nutze, weil... Es ist zwar am Anfang etwas irritierend gewesen, aber ich habe mich ganz schnell dran gewöhnt und ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich nämlich immer im Hinterkopf, was mache ich denn, wenn das jetzt nicht aufnimmt? Wenn man mich jetzt gar nicht... Hört, so wie das da eben. Aber... Betrachtet ist das der letzte Test. Darüber hinaus habe ich so ein ganz kleines bisschen an den... Einstellungen des Spiels rumgespielt. Ich habe das Ganze ein kleines bisschen heller gemacht. An der Sichtweite ändert sich gar nichts. Aber das, was ich sehe, ist jetzt ein bisschen heller. Was dazu führen sollte, dass... Ihr zu Hause auch ein bisschen mehr kennt. Musste das jetzt sein, Mensch? Aha. Ich war gerade so schön im Fluss. Darüber hinaus war ich so frei und habe das Tempo der Spielfigur ein ganz kleines bisschen erhöht. Wirklich nicht viel. Nur so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das am Spiel selber viel ändert. Aber dann kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Und ich mache mir hier gleich in die Hose. Aber ich hasse große Räume. Da ist ein Loch. Wie gesagt, mit Fraps. Ich nehme ja mit Fraps auf. Und da ist so ein bisschen das Problem, wenn dieses Programm sich beendet und ich auf den Desktop geschoben werde, schaltet Fraps die Aufnahme aus. Das bedeutet, es könnte ein relativ abrücktes Ende geben. In dem Fall starte ich einfach noch eine Runde für die Abmoderation. Je nachdem, wie lange ich dann aufgenommen habe. Ich kündige das nur schon mal an. Bisschen durchatmen hier. Ich habe mich gerade ganz spontan dazu entschieden, das hier noch aufzunehmen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Tage noch mal zum Aufnehmen komme. Und ich das mit dem Let's Horror am Freitagabend beibehalten wollte. Nächst... Scheiße, verdammt! Scheiße, verdammt! Meine Steuerung ist total... Achso. Scheiße, ich habe hier auf den Fall zu Tasten umgehammert. Erstmal kurz durchatmen. Scheiße! Ich bin um einen nach links verrutscht hier auf meiner Tastatur. Klar, dass da nichts mehr ging. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja. Nächste Woche wollte der... Chris sich mal für euch ins Let's Horror stürzen. Ich habe aber leider schon wieder vergessen, was er spielen wollte. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich nicht in meiner... ...Kollektion habe. Also, definitiv was Neues. Ich hoffe, dass wir die technischen Probleme müssen. Ruhe! Ich versuche hier zu reden, verdammt! Äh, ich hoffe, dass wir die technischen Probleme bis dahin in den Griff gekriegt haben. Wir haben nämlich im Moment so ein paar Probleme damit, äh... ...mit den Videos von dem Chris, die... ...zu rendern und hochzuladen. Ich bin sonst noch nicht ganz sicher, was da jetzt das Problem ist. Deswegen gibt es im Moment auch keine Videos von Chris. Also, er hat schon was aufgenommen. Wir kriegen es nur im Moment nicht, äh... ...hochgeladen. Wir kriegen da von YouTube immer einen Fehler gemeldet. Und wir werden das Ganze nochmal neu rendern müssen. Dann haben wir noch das Problem, dass... ...der Chris selber nicht hochladen kann. Das läuft alles hier über meinen Rechner. Da wir nicht im selben Ort wohnen... ...und uns nur alle ein, zwei... ...wochen mal sehen, gestaltet sich das Ganze dann etwas schwierig. Wenn... wenn er dann eine Ladung Videos mitbringt... ...und das Ganze funktioniert nicht. Das so als Erklärung dafür, warum... ...in letzter Zeit halt nur Videos von mir auf der Seite stehen. Das wird sich in Zukunft wieder ändern. Er hat ja auch mit nem... ...ha... ...ich hab es kommen sehen, ehrlich gesagt. Ich hab's... ...das viel erwartet. Äh... Er hat jetzt auch ein neues Let's Play angefangen, von Super Meat Boy. ...freu ich mich selber auch so ein bisschen drauf, mir das anzugucken dann. Für mich wär's nicht... ...weil ich werd bei diesen Dingern viel zu schnell frustriert. Super Meat Boy... ...oder auch I Wanna Be The Guy oder sowas. Ist nicht so wirklich was... ...was ich zocken könnte. Ich meine, ihr seht hier ein Limbo, was ich ver... ...Scheiße! Scheiße! 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 Geh weg! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr seht ja an... ...an Limbo zum Beispiel, was ich für ein Grobmotoriker bin. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde Meat Boy oder sowas spielen. Das ist ja lieber dem Chris, der hat da mehr so ein Händchen für. Dafür kann ich, glaube ich, besser mit Adventures und sowas. Deponia nähert sich jetzt auch langsam dem Ende. Ich freue mich schon tierisch darauf, mich dann gleich in den zweiten Teil zu stürzen. Und ich muss mich ja wirklich so ein bisschen ablenken von diesem Spiel, indem ich über irgendwelche anderen Sachen rede. In den letzten Fall sind wir links gegangen und gestorben. Ich gehe jetzt mal rechts. Das war auch ungefähr dieses Stockwerk hier dann irgendwo. Wie gesagt, falls ich draufgehe, dieser rote Bildschirm kommt, werde ich auf Desktop zurückgeworfen, muss das Spiel dann neu starten, um die Aufnahme fortzusetzen, weil im Moment nehme ich nur mit Fraps auf und das klappt nicht anders. Ich muss mir dabei Gelegenheit nochmal ein anderes Programm besuchen, zumindest für solche Spiele. Im Großen und Ganzen bin ich mit Fraps ja zufrieden. Nur bestimmte Spiele kann ich damit halt nicht aufnehmen und bei anderen habe ich halt dieses Problem mit dem, dass das Video dann plötzlich stoppt. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich Ersteres umgehen kann. Wollte ich ja eigentlich mit dem neuen Let's Horror testen, bin ich aber nicht zu bekommen. Zum Set auch und alles. Werde ich in den kommenden Wochen aber nachliefern. Also dieses Let's Reto, wo ich schon gesprochen habe auch. Das ist nicht vom Tisch, das ist nur verschoben. Mal gucken, ob ich in der Silvesterwoche dazu komme. Da habe ich nämlich frei. Ich würde ja auch mal interessieren, wie er dazu steht, mal ein etwas längeres Spiel als Let's Horror zu bringen. Mal Amnesia anzuspielen oder Penumbra oder so. Ich meine, ich muss es ja nicht durchzocken. Nur erst mal so die, äh, im Englischen sagt man Testing the Waters, also die, die, die Wasser testen. Einfach mal anzünden. Scheiße, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh Gott, da habe ich gerade schon ins Mikrofon gebrüllt. Ich entschuldige mich da jetzt nochmal für. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Ich will da gar nicht wieder runter. Ich will da gar nicht wieder runter. Ich habe jetzt schon so die Schnauze voll, Leute. Naja, auf jeden Fall, vielleicht auch mal ein längeres Spiel anzocken. Einfach mal so sagen, so, ich zocke jetzt mal eine halbe Stunde, 40 Minuten Amnesia. Gucke mal, wie es läuft und greife das eventuell später als Let's Play nochmal auf. Wobei ich mich dann überlegen müsste, ob ich neu anfange. Oder an der Stelle dann weiter zocke, wo ich vom Let's Horror aus war. Falls es euch interessiert, haut es auf jeden Fall in die Comments. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, den Link zu diesem kostenlosen Spiel gibt es wie gewohnt wieder in der Videobeschreibung. Ah, 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 ah. Gott. Gott, 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 Gott. Ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Ich bin so verkrampft. Meine Hand tut schon weh, die krampft sich hier so um die Maus. Also langsam fängt es an, sich so ein bisschen zu wiederholen auch, ne? Na gut, was mir mal erwartet. Stockwerk 33. Von einem Kostendosen. Ich glaube, es ist sogar ein Ein-Mann-Projekt. Dafür eigentlich ziemlich gut. Puh, ja. Was könnte man noch so erzählen? Äh, ja. Ich will auch immer für Vorschläge für Let's Plays offen. Könnt ihr bei irgendeinem Video in die Comments hauen. Äh, ey. Was? Alter, was? Alter, was? Alter, was? Was bist du denn? Was bist du? Was bist denn du? Gehst du auch wieder weg? Was ist denn das? Ist das ein roter Schirm? Ich, ich, äh, hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Äh. Äh, wie ich eben gesagt habe. Ach, halt doch mal die Klappe. Äh, wenn ihr Vorschläge oder irgendein Interesse an irgendeinem Let's Play oder sowas habt, haut es in die Comments. Ich lese das. Der Chris liest das auch. Und wir sind immer offen für Vorschläge. Uns interessiert ja auch, was euch interessiert, so. Der ist immer noch da. Ja. Ich, ich, oh Gott, ey. Ich glaube, unsere Reise findet hier ihr Ende. Versuche jetzt mal da vorbeizukommen. Und wenn ich jetzt draufgehe, was ja wahrscheinlich ist, sehen wir uns gleich in der neuen Runde wieder. In der ich dann allerdings nur noch die Abmoderation bringe. Ich, 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 ich habe für heute genug. Komm, wir bringen es hinter uns. Geronimo! Lässt du uns vorbei? Hey, der lässt uns vorbei. Hey! Oh Gott, ganz schnell weiter. Ganz schnell weiter. Warum bin ich jetzt weitergegangen? Ich bin doch so verrückt. Ich will doch eigentlich gar nicht mehr. Mami. Das ist übrigens nur zum Teil gekünstelt. Jetzt hier, ich, ich scheiß mir hier wirklich bald in die Hose. Überhaupt kein Vergleich zu Slender. Ich muss sagen, ich bin von Slender immer noch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte da mehr von erwartet. Also ist ein, ist ein, ist ein geiles Spiel. Aber nachdem man erstmal, äh, SCP-087-B und Paranormal gezockt hat, hat Slender nicht mehr so viel zu bieten. Ich hätte vielleicht damit anfangen sollen. Was ich in den kommenden Wochen auch mal bringen werde, ist eine der, äh, zusätzlichen Karten von Slender. Ich habe mir noch nicht überlegt, welche. Aber da gibt es ja inzwischen einige, sieben, acht Stück oder so. Ich weiß es nicht. Mehr als genug auf jeden Fall. Davon werde ich dann auch mal eine zocken. Eventuell sogar noch vor dem Let's Retro Horror. Ich habe ja letztens schon erwähnt, das ist ein DOS-Spiel, was ich da noch zocken wollte. Leider in Englisch. Ist jetzt auch nicht so ein, so ein krasses Horror-Spiel wie das hier zum Beispiel oder, oder Paranormal. Ist mehr so ein Rollenspiel-Adventure im, im Horror-Setting. Eines der aller, allerersten damals. Nein, es ist nicht Alone in the Dark, obwohl... Ich möchte gar nicht hier sein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. La, 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 la. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Lebt hier ein Drache oder sowas? Oh, haha. Da stand nicht mal mehr eine Nummer drauf. Oh Gott. Äh, apropos Drache, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen den Hobbit im Kino angeguckt. Richtig geil, in 3D. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bin ja nicht so der Fan von diesen 3D-Geschichten. Vor allem, weil meine Augen das auch nicht lange mitmachen. Die haben mir danach dermaßen wehgetan. Trotzdem war es, dass... Trotzdem war es, dass... Ich höre nichts. Trotzdem war es, dass bei dem Film wert... Ich kann das nur empfehlen. Wenn euch Herr der Ringe gefallen hat, guckt euch den Hobbit an. Am Anfang war ich ja etwas skeptisch. Hab mich gefragt, wie... Wie, äh... Wollen die das denn machen? Dieses... Knapp 300 Seiten Buch da. Äh, der Hobbit an sich ist ja nicht mal so lang wie das erste Buch vom Herrn der Ringe. Und als ich gehört habe... Ah! Ah! Du hast mich nicht gekriegt. Ich hab mich gar nicht erschrocken. Oh Gott, mein Mikrofon übersteuert bestimmt gerade so. Und ich höre das alles gar nicht. Weil ich mir ja diesmal die Mikrofonshaut nicht aufs Ohr gelegt habe. Äh... Gott, wir sind fast in Schockwerk 50. Und die Runde nimmt kein Ende. Ähm... Ich hab mich gefragt, wie wollen die da eine Trilogie draus machen? Ich war am Anfang etwas skeptisch. Aber nachdem ich jetzt den ersten Film gesehen habe, habe ich eine ganz gute Vorstellung davon, wie der Peter Jackson das alles aufteilen will. Mein Gott, ich quatsche hier über irgendwelchen Scheiß, der rein gar nichts mit dem, was wir hier zur Zeit machen, zu tun hat. Ich könnte fast meinen, ich mach hier Let's Play Minecraft. Und wer das jetzt verstanden hat, dem danke ich nochmal. Vielen Dank, dass du dieses Video guckst und nicht gerade eins der anderen, auf die ich gerade angespielt habe. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ah, ich denke, Leute, die sich Let's Plays angucken, wissen, von wem ich da gerade gesprochen habe. Man kann eigentlich keine Let's Plays gucken und diesen Namen nicht kennen. Gott. Weiterschluss, weiterschluss. 50. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Leute, ich will nicht mehr. 51. Ach komm, du, 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 du fratze in den Schatten da. Du kannst mir gar nichts mehr. Ich hab schon so viel schlimmeren Scheiß erlebt hier in dieser Runde. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich frag mich, ob es auch ein Ende gibt oder ob es einfach immer weiter geht, bis man irgendwann drauf geht. Ich meine, im ersten Teil, in dem SCP-087 gibt es, soweit ich weiß, irgendwann ein Ende. Man erreicht irgendwann eine Tür. Wenn man nicht vorher von diesem Geistervieh erwischt wird, da. Ich hab keine Ahnung, ob das hier auch der Fall ist. Oh, meine Hand ist... Scheiße, was ist los, was ist los? Oh Gott. Das ist eine Sackgasse. Und jetzt? Die Dunkelheit kommt näher. Nein. Ich glaub, ich bin tot. Oh Gott. Ja, und da hat es uns zersäbelt. Wie gesagt, ich hab das Spiel jetzt neu gestartet. Hab extra noch gewartet, bis diese Durchsage am Anfang durch ist. Mein Gott. Äh, ich glaube, damit hat sich auch die Frage erübrigt, ob es ein Ende gibt. Psst. Bist du ruhig. Es gibt anscheinend ein Ende. Irgendwann steht man in der Sackgasse und das Vieh kommt von hinten und killt ein. Da hatte ich... Ich hatte auch keine Chance mehr auszuweichen oder sonst was. Ich steh im Startraum und bin nervös, dass da was hinter mir auftaucht. Oh Gott. Hier auch eine Handschelle oder sowas an der Tür hier. Interessant. Okay. War auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich hoffe, euch hat das Zusehen ein bisschen Spaß gemacht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Zeige hier nochmal diese schöne Tür mit dem SCP-Logo. Sage an dieser Stelle Tschüss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Horror. Ich wünsche euch allen noch frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, wenn nach der technischen und der logistischen Seite alles klappt, nächste Woche ein Let's Horror vom Chris, die Woche darauf bin ich dann wieder da. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen bei Let's Horror. Oh Gott, das mache ich nie wieder.